Ja, einmal im Jahr treffen sich meine Schüler zum Akkordeonfest, traditionsziemäs in der Brotfabrik in Weißensee. Hier kommt der zweite Teil, die Spielgruppe Jazz mit dem Bossa Nova Changes in Tune. Ja, einmal im Jahr. Ulrich spielt ein bulgarisches Tanzstück. Und das ist eine freie Improvisation über ein Thema des österreichischen Komponisten Klaus Peier. Ja, einmal im Jahr. Ja, einmal im Jahr. Ja, einmal im Jahr. Hier kommt Britt mit einem Stück von Jan Thiersen. Das ist Ute mit einem jüdischen Tanzstück. Wolfgang und Bernd mit einer Milonga, der Milonga Sentimental. Untertitelung des ZDF, 2020 Margret und Maria mit dem Grünwald-Bossa. Musik Musik Reinhild spielt das Stück Madame Spurin. Musik Und im Duett die Milonga La Mimada. Musik Das Ensemble Bell Accord unter der Leitung von Gerganer Vlatschkow. Musik In der Halle des Bergkönigs von Grieg. Musik Jakob Scheidt spielt La Mère im Arrangement von La Mère. Von Frank Marocco. Musik 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 Und das ist mein Stück Tanz des Mädchens vor dem Spiegel. Musik 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 Mein Dank an alle, die dabei waren und mitgemacht haben. Ganz spezieller Dank an Holger Wiegand, der die Videos gemacht hat. Im nächsten Jahr gibt es mehr. Bis zum nächsten Mal.